Hallo Carina, ich wollte dir einmal alles Gute und herzlichen Glückwunsch wünschen erstmal zu deinen 10.000 Abonnenten auf YouTube. Ich bin sehr stolz auf dich und ich bin ja so gesehen schon vom ersten Tag an dabei und ich freue mich einfach mega für dich, dass du so viel erreicht hast schon mit YouTube und Instagram und ich hätte das alles gar nicht erwartet, dass es solche Ausmaßen annimmt, aber umso stolzer und toller finde ich es, dass du jetzt das machst und ich bin wirklich froh auch ein Mitglied eures Teams zu sein. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Wischen für, wischen. Das war's für heute. Das war's für heute. So Leute, das war's auch schon mit meinem kleinen Special-Video. Ich wollte mich bei euch einfach bedanken, auch wenn das Video nicht so lang geht und auch wenn es nicht so professionell ist. Ich möchte mich wirklich bei euch einfach nur bedanken. Wir haben jetzt schon 10.000 Abonnenten geknackt und ich weiß noch früher, als ich angefangen habe, habe ich irgendwann mal gesagt, oh, es interessiert sich eh keiner für meinen Account und keiner guckt sich das an. Und dann habe ich meine 200 oder 300 Abonnenten geknackt und dann weiß ich noch, als ich gesagt habe, ich werde irgendwann mal, wenn ich meine 10.000 Abonnenten erreicht habe, was für mich einfach ein Wunsch war, ein Gewinnspiel machen. Aber da zurzeit eins läuft und auch noch welche laufen werden, ist es für mich nicht mehr besonders. Und deswegen habe ich dieses kleine Video für euch bearbeitet. Und ja, wie ich schon gesagt habe, möchte ich euch einfach Danke sagen. Ihr seid so eine krasse Community. Und ihr seid so tolle Menschen. Ihr seid nicht irgendwelche Fans hier. Ihr seid wirklich besondere Menschen, die ich ganz, ganz doll lieb habe. Und ich gebe mir so viel Mühe für euch und hoffe auch immer, es gefällt euch. Und auch wenn ich nicht die beste Kamera habe oder sowas, hoffe ich trotzdem, es gefällt euch immer. Und ihr habt Spaß daran und ihr habt Spaß an dem Account. Und ihr baut mich auf mit euren lieben Kommentaren, euren Bildern und Videos, die ihr für mich bearbeitet. Oder auch Fanpage zum Beispiel auf Instagram erstellt. Es ist für mich einfach alles nicht so selbstverständlich. Es ist für mich einfach was Besonderes. Und vielen, vielen lieben Dank für alles. Ihr seid so toll und ich habe euch wirklich ganz, ganz doll lieb. Und ich freue mich auch euch einfach persönlich kennenzulernen. Deswegen bin ich ja auch, wie ich schon in meinem letzten Video gesagt habe, einfach manchmal traurig, wenn ihr mir schreibt. Ich habe nicht gesehen, aber mich nicht getraut, dich anzusprechen. Und das ist für mich dann einfach so, ja schade. Ich möchte euch auch einfach gerne kennenlernen und mit euch reden. Ja, das ist einfach wirklich total schön, was ihr mir gebt. Und ich hoffe, ich kann euch das einfach zurückgeben. Und nochmal vielen, vielen lieben Dank für alles. Und natürlich auch ein riesen Dankeschön an Sarah, meiner besten Freundin, die übrigens am Anfang des Videos gesprochen hatte. Ohne Sarah hätte ich diesen Account hier gar nicht aufbauen können. Denn sie hat meine Videos und meine Fotos gemacht. Und durch sie ist dieser Account und auch mein Instagram-Account ja, sag ich mal, entstande gekommen. Denn sie hat mich so extrem unterstützt und war immer für mich da und ist immer noch für mich da. Und sie hat auch echt Spaß an der Sache und ist total stolz, wie sie ja schon gesagt hat. Und ja, also auch an dich Sarah, vielen, vielen lieben Dank. Und das größte Dankeschön, was hier rausgeht, ist an mein Pferd, Foxy. Er ist einfach die Hauptrolle auf meinem Kanal und auch auf meiner Instagram-Seite. Und auch wenn es nicht leicht mit ihm war und auch manchmal nicht leicht mit ihm ist, wir sind so gut zusammengewachsen. Und ich habe einfach gemerkt, man sollte niemals aufgeben. Und ich kann einfach zu euch nur sagen, gebt auch niemals auf. Wenn ihr ein Ziel habt, dann setzt es durch und kämpft drum. Und ich habe früher gesagt, mit diesem Pferd werde ich mich niemals binden können. Und wir werden nie ein Team werden können und guckt jetzt auch, was es uns, sage ich mal, geworden ist. Und ich kann auch gar nicht mehr ohne ihn. Und es ist einfach krass, was ich mit ihm alles geschafft habe. Nicht nur irgendwelche Abonnenten oder irgendwelche Likes auf Bildern oder so, sondern einfach so komplett alles, was er mir gibt. Das ist krass. Wirklich krass, dass es ein Lebewesen sowas geben kann. Und ja, das war es dann auch schon mit meinem kleinen Video. Und ich hoffe, es hat euch wirklich gefallen. Ihr könnt mir ja mal einen Daumen nach oben geben, damit ich auch sehe, ob es euch gefällt oder nicht. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.